Die deutsche Nationalmannschaft hat dem zurückgetreten Mesut Özil zum 30. Geburtstag Glückwünsche übermittelt. Oktober 2018 Özil hatte nach dem WM-Desaster in Russland nach 92 Länderspielen seinen Rücktritt erklärt. Im Zuge der Erdogan-Affäre erhob er rassistische Vorwürfe gegen den deutschen Fußballbund DFB. Jogi Löw versuchte vergeblich, Mesut Özil zu kontaktieren. Darüber hinaus fühlte sich der Arsenal-Staat zum Sündenbock für das blamable Vorrunden-Aus in Russland abgestempelt. Seinen Rücktritt hat er Joachim Löw nicht persönlich mitgeteilt. Der Bundestrainer hat danach vergeblich versucht, Kontakt zu Özil aufzunehmen. Mehr zu mehr so Özil.